hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge arc pure door mit hallo wir haben jetzt vor den dessen modus zu ziehen los hier wo du findest das ja ich fliege jetzt einfach nur dahin irgendwie eine höhle gesehen hinter einem wasserfall ich weiß ja wo die jetzt genau irgendwo hier ich weiß ich weiß wo sie ist weil man da metall farmen kann voll geil ja ich gucke mal auf meine map irgendwo irgendwo hier muss die sein wir sind schon dran vorbei wusste ich war ein test ich wusste ich war ein test sagt er wow ich hab immer noch ja nein noch eine ecke weiter so hier drüben müsste das jetzt dann sein noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen hier der ne jung oder ja rechts links warte 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 oh nein links ich dachte schon wieder mein spiel wäre gecrashed ich hab nichts gemacht das andere links nur das rechte links ist das unten ich weiß ja unten 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 da ist doch kein eingang nein noch ein bisschen weiter links ich hab zwischendurch voll die sandwilder keine ahnung da nein das war wieder warte ich kann so nicht gucken warte ich warte warte ich nehme jetzt eine so das müsste doch hier hinter dem wasser warte bis ich stehen bleibe sind wir eine etage zu hoch nein wir sind schon ganz unten das müsste jetzt hier bei einem der wasserfälle sein okay das ist zu flach vielleicht eine etage höher ja ich gucke ich gucke jetzt jede etage an ja du machst das ne hier ist es nicht wir müssen noch ein bisschen weiter rechts noch ein bisschen weiter rechts ja ja hier bei dem wasserfall bei dem kleinen hier ja aber ich glaube eine etage weiter unten wo der große wasserfall runter ist okay uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hier ist auch kein eingang hä vielleicht noch ein tiefer ja vielleicht noch ein tiefer oder noch ein tiefer da ist ein eingang ja siehst du war ja easy haben wir da recht gefunden und hier sollen die irgendwo an der decke hingen angeblich aber ich sehe können okay hier war letztes mal schon können dann sollten wir vielleicht in eine andere Höhle gucken mhm wir sind mal ganz kurz gemutet okay dafür erzähle ich jetzt umso mehr ja also das ist voll die gute Farmhöhle ihr seht ja wo wir sind und davon kommt mal raus also hier in dieser Höhle soll eigentlich das Modus sein aber wie ihr seht, seht ihr nix Butterfall das ist ein Rappetaken das ist ein Rappetaken Jeeeei 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 okay wir warten kurz also bevor ihr euch fragt wie wir das finden Juboort nehmen wir so ein Video auf wo die Location angezeigt werden, wo der sein soll ja aber hier ist nix Diese Kuh macht mich verrückt. Ui, 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 baby. Alles gut, ich hab umso mehr erzählt. Welche Höhle? Weiß ich nicht, die Kristallhöhle geht ja auch, ne? Die, äh, die weißt aber noch wo die ist, oder? Nö. Ich weiß hier gar nichts mehr. Ist das dein Ernst, Juro? Warum lass ich dich fliegen? Meinst du jetzt diese Strahlenhöhle? Ja! Die war da irgendwo unten am Strand, ne? Ja, die ist bei uns in der Nähe, auch. Ich war schon ein paar mal drin. Da hab ich zum Beispiel unseren Flakblust, äh, Brustpanzer gepunktet. Flakblustpanzer. Da ist so ein Ding. Ja! Ich find's auch. Ich muss absteigen. Ich muss absteigen. Warum? Weil ich's nicht so nicht kriege. Okay. Ich hab 12 von 200. In der Strahlenhöhle da unten sind die auch welche. Auf, los, geht's los! Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ist ja auch schon... High Level. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kommst du wieder her? Ja! Es ist fauchbar. Ich weiß die Höhle. Ja. Welchen meiner mittlerweile eigentlich Schaden drin? Ich hab letztes mal keinen gekriegt. Keine Ahnung. Es gab mittlerweile Ab... Oh nein! Es leckt gleich. Juro! Warte. Ja, ich lande. Du sagst mir, wenn es weitergeht. Ja. Ist das? Ja. Nö. Ja oder nein? Nö, Schaden. Kein Schaden. Das meine ich mit Nö. Guck mal, Scheißhörner! Und Ravaga. Das ist ja noch so ein Ding. Noch ein Ravage. Oh, so ein High-Level hätte ich schon Bock drauf, ne? Die wollen dich. Oh, warte, ist Ino? Der will nur 52? Ja, nur Box. 32? Ja, nur Box. Hau sie um, damit die da vorne an den Loot kommen. Och, der hat mich gehauen. Da sind auch Schlaf-Inos! Da sind Schläfer-Tierchen. Was? Schläfer-Tierchen. Der hat das 240! Ich weiß, was für ein Schläfer-Tierchen... Die Schläfer-Tierchen, die da auf dem Boden liegen. Ach, die. Oh, du hast den Kleinen getötet. Jetzt können wir den Großen tränen. War voll Absicht, dass ich nur den Kleinen erwische. Yeah! Kommt mal her. Kommt mal her. Da kommt der 240er gerade. Dann flieg ich weg. Dann! Ich weiß, dass er nie möchte. Ich möchte den Sam... Oh... Willst du deinen gelben Loot nicht? Erstmal will ich hier dieses Ding. Ja, das habe ich ja schon mal eingesammelt. Das dachte ich mir. Äh... So, der soll jetzt hier oben irgendwo an der Decke kleben, ne? Hier ist gar nichts. Wenn der gelbe Loot... Ach, da hat's der gelbe Loot. Ja. Bei uns 240er. Er kann sich mal wieder hinlegen. Können wir ihn jetzt heben? Oh, jetzt liegt er sich da hinten hin. Oh, jetzt liegt er sich da hinten hin. Oh... Oh... Hier habe ich zudem deinen Kackekäfer her. Oh... 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 Bis später, Schläfer-Tierchen. Ne Kackinuss. Ne Kackinuss? Aua! Macht das unter euch aus. Nicht mit mir. Mh... Gefressen. So, jetzt kommt da hinten noch ne rote. Und jetzt hoffen sie, der darf mal Rabajer wegmachen. Aua! Kriegst du Schaden? Ja! Voll blöd. Mein Helm ist kaputt! Wow! Ungeil! 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 So, was ist denn da drin? Flak-Helm! Meiner! Ja, die kannst du ja rein nehmen! Hä? Wieso? Ich habe einen dabei gehabt. Ja, aber deiner ist doch kaputt gegangen, hast du ja gesagt. Ja, aber ich habe einen Helm dabei gehabt. Noch. Sonst ziehe ich den dann, der hat nämlich 1000 Rüstung. Jetzt habe ich dich gehauen. Du hast mich gehauen? Ja, ich trafen muss sein. So. Rollratte! Ich habe jetzt einen 1000 Amor Helm. Cool. Ich habe eine 1200 Flak... äh... Wurstpanzer... Dings... Ups. Du hast mir bestimmt auch eine gebaut. Nö. Wow! Oh, Leck! Ja! Leck auf mir! Ne, du warst ja... du warst ja ausgezogen! Ich war nicht ausgezogen! Natürlich! Du hast unten gewohnt! Am... Wasser! Also, bist du ausgezogen für eine kurze Zeit aus der Base? Da habe ich nichts für dich gebaut! Genau! Jetzt erzählen wir den Rest von der Geschichte! Sandy hat nämlich 8 Stunden... 8,5 Stunden ohne mich gespielt! Hahaha! Ich habe immer noch ein Jump-Bild! Oh, wir können weiter! Jo, Bro? Was? Wir können weiter! Ich habe nur an meinem kleinen Turm am Wasser für ein Stündchen gebaut! Ich habe gefarmt! Na... Man sieht es ja auch am Level! Ja, sieht man ja! Und dann habe ich noch unser tolles Dino-Gehege gebaut! Wo muss ich denn jetzt hin? Weiß ich nicht! Du hast das Video, nicht ich! Ich habe... du hast doch nicht weiter geguckt! Ich habe den Anfang geguckt und da hast du gesagt, so geht los! Mal mit dem Video ausgemacht! Nee, hättest du nebenbei laufen lassen können! Ich weiß nicht, wo noch was ist! Wow! Bei Profis und Tur! Oh, weißt du, worauf ich heute auch Bock hätte? Nein! Auf diese anderen Nebenkarten, außer die Eyes! Jo Bo denkt sich gerade so, nein! Einfach nein! Ich denke gerade erst mal dran, erstmal gucken wie die eine Sache so läuft! Ah, die läuft ja schon super! Du bist schon abgestiegen! Du sagst ja immer, dir passieren keine Fehler! Boom! Fehler passiert! Und wir haben es diesmal beide auf Band! Nein! Ich habe nur gesagt, ich stürze nicht ins Meer! Das bist du aber auch schon! Nein! Das haben wir leider nicht auf Band! Jetzt sagt er, jetzt habe ich keine Beweise dafür! Deswegen, ne? Dann ist es auch nicht passiert! Ist das nie passiert! So seht ihr! Ganz genau! So läuft das mit die Rumro! Das ist da nie passiert! Meving, Sattel und Kili-Masken-Blueprint! Meving! Ich greif den Alphling da... DAS NEIGEN! Ich glaube, da könntest du denn nie sterben! Mach den Alphal los! Ne, nicht wenn du hinten drauf sitzt, weil der beißt mich gerade... Los, mach ihn! Der beißt dich doch! Egal, mach ihn! Dort! Dort! Du wirst ihn ja wohl schaffen, bevor ich tot bin! Äh... Alter! Was ist denn jetzt? Ich reite ihn! Yeah! Warum bin ich denn abgestiegen? Weil Wasser! Ach, Mann! Das ist echt traurig hier! Ich bin im Wasser! Aua! Piss dich, Piranier! Hau ab! Aua! Aaaaah! Wir gehen um, Sandy! Eigentlich mal ein Alpha gekillt heute! Ich find das echt geil! Was ist das denn heute für'n Tag? Der will mich! Der Alpha will mich! Sitzt du noch drauf? Nein! Ich bin im Wasser! Achso, cool! Ah, der gewünscht mehr macht das schon! Oh Mann, ey! Nein, der macht's nicht mehr! Ich bin tot! Ich bin tot! Da kommt noch ein Rex! Ich bin doch noch nicht tot! Verpiss dich, Rex! Der will mich! Komm doch zu mir! Ich soll zu dir kommen! Ich bin fast tot! Ich kann nicht draus! Der Rex ist unter... Über mir! Hier! Kano ist gleich tot! Der war Level 216 im Ufer! Ich weiß! Ich hab ihn umgebracht! Sehr gut! Komm mal ein bisschen näher ans Ufer, damit ich den Rex beißen kann! Los, beiß ihn! Da! War doch easy, oder? Ja, ich bin fast tot! Danke! Du hast gesagt, ich soll den angreifen! Das war voll easy, ja! Ich hab mich darauf geachtet, dass der mich nach hinten ins Wasser schiebt! Ja, ich hab ja auch nicht gedacht, dass du ins Wasser fliegst! Aber hey, er fliegt nicht ins Wasser! Ein Sturzflug! Das wurde nicht gesagt! Das war aber gemein! Ach, Kinas, Kinas, Kinas! Hier war doch auch irgendwo ne Höhle, oder? Weiß ich nicht! Du machst das... Ooooooh! Es baut sie nicht auf! Gwergenruine? Sind da vielleicht Fledermäume? Weiß ich nicht! Frag sie! Dann gehen wir da mal gucken! Warum hast du das Video nicht mehr auf? Oh Gott! Gleich leckt das! Oh ne, doch nicht! Ja, geht! Perfekt! Was hab ich überhaupt noch an? Ich seh gar nicht! Ich sollte mal Gamma anmachen, oder? Hä? Hä? Bei mir ist es voll hell! Ich hab keine Ahnung, was du hast, Jugo! Bei mir ist stockfinster! Schuhe sind auch heile! Ja, passt schon! Skorpione sehe ich! Spookies! Das sind normale Fledermäuse! Schlammhäuse! Schlammhäuse! Angespuckt! Und angedings! Aber mittlerweile sind hier Viecher drin! Früher waren hier keine Viecher drin! Ich weiß wohl, konntest du hier drin voll geil bauen! Kannst du jetzt auch noch! Muss ja nur die 5 Viecher töten! Kannst du mal... Hinter uns ist ein Profilermaus! Ein normale, ja! Ja! Ja und? Warum? Ich bin doch schon wieder raus aus der Höhe! Na gut! Hier ist Paraversammlung! Und ein Terry! R Terry! R Terry! Aber kein schöner! Ne! El Heslon! Ähm... Ähm... M hört sich immer super gut an, Jugo! Ja! Ich weiß nicht, wo ich hinfinden soll! Ich da auch nicht! Könnt jetzt was dauern, wenn wir uns jeden Wasserfall angucken! Ne! Es sind ja nicht nur Wasserfälle! Ich weiß, es gibt auch draußen... Ich glaube, du musst das Video wieder aufmachen, Jugo! Oh! Oh! Gab es nicht in Redwood noch eine Höhle? Ja, aber in die Honighöhle, aber da werden ja keine Fledermäuse drin sein! Oder... Wir... 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 Die Folge endet ja gleich! Oder... Pass auf! Wir machen jetzt die Folgenende! Bereiten uns mal vor wie Profi! Bereiten uns mal vor wie Profi! Wir fallen nicht wieder ins Wasser! Pass auf! Ich flieg jetzt erstmal zur Base! Da kannst du auch deine Sachen reparieren! Und dann gucken wir mal... Okay! ...wo wir hin müssen! Bevor wir losfliegen! Nein! Das ist so einfach! Das ist so einfach! Das ist die Wasser! Aber... Ich bin nicht gestorben! Ich auch nicht! Ich habe das Blutabzapfen vorhin auch schon überlebt! Ähm... Ja, wo ist jetzt die Base, ne, Jugo? Ja... Irgendwo hier... Ich glaube... So, ich habe wieder Handschuhe an! Achso, ich kann ja nicht... ...azapfen... ...wenn ich draufsetze! Da, ich sehe sie! Da, ich sehe sie! Ja! Äh... Ja! Da, da... Du bist fast tot! Ich weiß! Mein Thema sagt auch Folgenende... Hallo? Ich hatte nicht mal meinen Vogel mit! Tja, was machst du auch? Ja, also... Ähm... Ich beende jetzt an dieser Stelle die Folge! Ich hoffe, sie hat euch gefallen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Chand! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.